Nur was sich bewegt, bringt uns voran. Ob Fahrzeuge oder Maschinen, seit jeher gehören Ketten zu den treibenden Faktoren in vielen Anwendungsbereichen. Die besten von ihnen kamen und kommen aus dem Hause eWIS. Das Unternehmen nutzt seine Tradition, um Innovation voranzutreiben. Heute leisten eWIS-Ketten Unvorstellbares, präzise, haltbar und damit zuverlässig, wo immer Kraft und Bewegung übertragen werden muss. Das deutsche Familienunternehmen erweitert seit Jahrzehnten seine internationale Präsenz in Asien, Nord- und Südamerika und natürlich in Deutschland. In der Firmenzentrale in München werden die Weichen für das internationale Wachstum gestellt, in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten. Die unternehmenseigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt innovative Produktideen und kostensparende Herstellprozesse. eWIS weiß nicht nur, wie die perfekte Kette aussieht, sondern vor allem, wie man sie produziert. eWIS investiert permanent in neueste Herstellverfahren und seine Mitarbeiter. Nur so lassen sich gleichbleibende Ergebnisse erzielen. Damit eine Kette dauerhaft funktioniert, müssen ihre Einzelteile perfekt aufeinander abgestimmt sein. Dinka 2,0 ... Untertitelung des ZDF, 2020 Alle IWIS-Standorte arbeiten nach dem gleichen hochautomatisierten Produktionsprinzip. Und das nicht nur aus Kostengründen. Qualität gehört bei einer IWIS-Kette zur Serienausstattung. Qualitätssicherung versteht man im Hause IWIS als echten Wettbewerbsvorteil. Das erklärt den enormen Aufwand, den das Unternehmen in die Überwachung seiner Produkteigenschaften investiert. Verlässt eine IWIS-Kette erst einmal das Werk, trägt sie eine große Verantwortung. Mit ihr bringen Anlagen und Maschinenbauer Bewegung in ihre Produkte, ob in der Verpackungsindustrie, der Lebensmittelbranche, in der Fördertechnik oder überall dort, wo Kraft und Bewegung zuverlässig übertragen werden muss. Auch in der Agrarindustrie. Hier verrichten Ketten unter härtesten Bedingungen ihren Dienst. IWIS gilt nicht nur hier seit Jahrzehnten als Marktführer. Damit das so bleibt, investiert das familiengeführte Traditionsunternehmen permanent in Forschung und Entwicklung, in die Internationalisierung und vor allem in seine Mitarbeiter. Denn sie wissen, wie aus Tradition Innovation wird. IWIS – Wir bewegen die Welt Ketten im ERP Die Welt Untertitelung des ZDF, 2020